Peace Fellowship. Heute ist ein ganz verrücktes Datum. 22.02.2022. Und Frieden ist in aller Munde. Rotary ist dem Frieden verpflichtet. Kennen Sie das Rotary Peace Fellowship Studienprogramm? Wir bilden weltweit bis zu 130 Kandidaten zu Friedens- und Entwicklungsexperten aus. Aktuell nehmen wir die Bewerbungen für das akademische Jahr 2324 entgegen. Bewerbungsfrist ist der 15. Mai. Interessiert Sie das? Mehr Informationen gibt es unter myrotary.org oder über uns rotarydistrikt1950.de